Hallo ihr Lieben, ich bin's mal wieder der Klemmonkel und ich habe euch heute einen schönen Autowagen mitgebracht aus dem Bereich der Technikwürm, SY, SY, vielleicht sogar Sembo. Ich habe es noch nie so ganz kapiert, wie die zusammengehören. Anscheinend gehören die ja irgendwie zusammen. Set Nummer 8614. 1.404 Teile im Maßstab 1 zu 14. Altersempfehlung 6 Jahre. Ja, kommt wahrscheinlich auch so ein bisschen aufs Kind an. 4 von 5 Schwierigkeitspunkte. RC-Vermerk. 45 Euro. Buy a world of building blocks. Jetzt denkt ihr vielleicht, jawohl, 45 Euro mit RC. Super. Ich muss euch enttäuschen. Lest den unteren Satz. Ihr könnt das Fahrzeug umbauen auf RC. Ihr habt alle Teile dabei, bis auf die RC-Komponenten selber. Was ihr machen könnt, falls ihr euch den bei world of building blocks bestellen möchtet für die 45 Euro. Ich finde, das ist ein fairer Preis für das Modell. Fragt einfach mal den Läu. Vielleicht hat er auch die passenden RC-Komponenten da. Ich glaube, dieses Modell auf RC umzurüsten, könnte sich lohnen. Kommen wir aber noch drauf. Ich muss euch was gestehen. Ich habe ihn schon gebaut. Heute gibt es mal kein Aufbau-Video, sondern ein reines Review. Eigentlich war es ein Aufbau-Video. Der Klemmonkel hat es auch schon fertig gerendert. Der Klemmonkel hat es aber noch nicht auf YouTube hochgeladen. Dummerweise hat der Klemmonkel aber auch sein Verzeichnis entleert mit diversen alten Kader-Review-Videos und hat das Video dann dementsprechend mitgelöscht. Jetzt ist es weg. Sprich, jetzt muss der Klemmonkel für euch extra nochmal, und das macht er gerne, das Ganze als reines Review drehen. Dumm gelaufen ist halt jetzt so. Ihr müsst dann dementsprechend halt jetzt hier auf die Bauabschnitte verzichten. Passiert. Deswegen kann ich euch jetzt auch schon mal ein paar Vorab-Infos geben. Ist ja auch nicht verkehrt. Kommen wir noch kurz auf die Anleitung zu sprechen. Schönes, festes Front-Cover, schönes, festes Back-Cover. Angenehme Seiten, schöne Darstellung. Ihr seht wieder hier wunderbar, was ihr machen sollt, dank roter Markierung. 186 Seiten, davon 166 Seiten, Bau der statischen Version. Die letzten 20 Seiten ab Seite 167 beschäftigen sich mit der Umrüstung auf die RC-Version. Das ist hier in der Anleitung mit enthalten. Wir haben sozusagen eine 2-in-1-Anleitung. Plus einen kleinen Zettel mit QR-Code. Operating Instructions. Ich vermute mal, dass das so eine Art Beschreibung für irgendeine App ist zum Steuern des Fahrzeugs. So würde ich das jetzt mal deuten wollen. Auf alle Fälle, ihr bekommt alle Komponenten, die ihr benötigt für den Umbau, bis auf die RC-Komponenten. Also die benötigt ihr separat. Auf der Rückseite sehen wir noch mal Funktionen. Wir sehen einmal das Heck des Fahrzeugs. Wir sehen hier, wir haben eine Lenkung. Sollte auch so sein bei einem RC-Fahrzeug. Wir sehen Türen, die sich öffnen lassen. Wir sehen noch mal hier das Interieur. Ja, und wir sehen noch mal das Heck und die Front. Viel mehr gibt es zur Anleitung an sich jetzt nicht mehr zu sagen. Warum ich mir jetzt dieses Modell geholt habe, war eigentlich der Grund, das schöne Muster hier vorne. Das hat mir wirklich sehr gut gefallen. Was mir allerdings zu dem Zeitpunkt nicht bewusst war, war das ein Aufkleberbogen, ein zweiter Aufkleberbogen. Und hier sehen wir schon, da ist das Muster. Ja, ich kann euch den auch noch mal aus der Nähe zeigen. Und warum sind die Aufkleber noch nicht angebracht? Eigentlich hatte ich es vor, aber dann ist mir was aufgefallen. Nämlich, Ritfro, ähm, Li, CTR, ja, und ungefähr 50 Aufkleber. Und dann habe ich ihn mir erst mal so angeschaut und habe mich dazu entschieden, mir das diesmal wirklich nicht anzutun. Ihr bekommt den heute mal ohne Aufkleber zu sehen. Für euch hat es den Vorteil, ich zeige euch noch mal aus der Nähe. So schaut er mit Aufkleber aus. Ich schiebe euch jetzt gleich ins Bild, dann könnt ihr sehen, wie er ausschaut ohne Aufkleber. Schaut mal, ohne Aufkleber, mit Aufkleber. Ich denke, ihr seht es auch so einigermaßen da im Hintergrund. Und ich finde es jetzt tatsächlich gar nicht mal so verkehrt. Also rein optisch kann man sich den durchaus auch ohne Aufkleber ins Regal stellen. Nochmal zwei bis drei Dinge zum Lieferumfang. Ihr bekommt einen Teile-Trenner. Zusätzlich dann noch diverse Teile, die übrig sind. Zusätzlich weitere Teile für den RC-Umbau, wie jetzt zum Beispiel hier die beiden Orangenen. Also ihr benötigt wirklich nur noch die RC-Komponenten. Alles andere liegt hier anscheinend bei. Ich hatte einen Fehlteil. Einen schwarzen 9er-Liftarm. Ich habe ihn jetzt erstmal aus einem anderen Set besorgt. Das ist natürlich immer doof, wenn es passiert. Aber es ist jetzt hier halt passiert und dementsprechend nicht zu ändern. Sechs Bauabschnitte. Das heißt, diverse Tütchen durchnummeriert. Bauabschnitt 1 bis Bauabschnitt 6. Im ursprünglichen Video hatte ich euch sogar noch die Tütenanzahl dazu gegeben. Ich muss gestehen, ich weiß es nicht mehr, wie viele Tüten bei welchem Bauabschnitt waren. Auf alle Fälle sind es sechs Bauabschnitte. 35 Zentimeter in der Länge, 17 Zentimeter in der Breite, 8 Zentimeter in der Höhe. Mit Zollstock gemessen. Pi mal Daumen. Ein sehr schöner Bausatz. Ist meine Meinung. Sieht jeder anders. Aber ich persönlich finde, das ist super gelungen. Ich habe mir auch noch mal Bilder im Netz dazu angeschaut. Grundsätzlich kommt das schon recht gut ans Original ran. Gerade das Heck gefällt mir besonders gut. Und auch hier die hinteren Radkästen. Bei der Front sprechen wir gleich noch mal drüber. Teilequalität ist durchweg absolut okay. Ich habe jetzt auch keine Kratzer oder so auf diesen großen Teilen hier. Bis auf eine Ausnahme. Ich zeige es euch mal. Und zwar machen wir da mal hier hinten den Spoiler ab. So sieht der super aus. Wenn ich ihn rumdrehe, sieht man an den Liftarmen diverse Angusspunkte. Und das ist ein bisschen schade. Das Problem haben hier bei diesem Set irgendwie alle Liftarme. Ich weiß nicht, woran es liegt. Aber man kann es vermeiden, indem man halt die Liftarme so verbaut, dass es halt in die Richtung zeigt, wo man nicht rauf guckt. Wie jetzt zum Beispiel hier habe ich es nach unten verbaut oder oben beim Dach auch nach dem Innenraum hin. Man muss halt ein bisschen in die Zukunft blicken, wenn man die Teile baut. Man plädtert halt mal ein bisschen. Dann weiß man, okay, so rum muss ich das jetzt anbauen, dass man es dann nicht sieht. Mag zwar sein, dass die eine oder andere Stelle jetzt hier auch falsch rum verbaut ist, aber ich bin zufrieden. Klemmkraft. Super. Habe ich jetzt bei einem Set für 40 bis 45 Euro gar nicht mit gerechnet. Ich dachte, okay, das sind die ein oder anderen Teile dabei. Die haben jetzt nicht die optimale Klemmkraft. Kann ich nicht sagen. Die haben wirklich eine richtig gute Klemmkraft hier. Bis auf eine Ausnahme. Die kleinen zwei Achsen in Rot. Hier unten sitzt so eine beispielsweise. Die haben jetzt keine schlechte Klemmkraft, aber da sinkt die Klemmkraft etwas im Gegensatz zum Rest. Das sei nur mal kurz hier erwähnt. Ansonsten absolut einwandfrei. Die Flexteile hier vorne zum Beispiel in Grau oder auch hinten am Heck haben wir dann ein längliches Sitzen. Das sehen wir gleich nochmal. Optimale Länge. Da musste ich auch überhaupt nichts zurecht cutten, dass die jetzt hier passen, sondern ich habe die einfach montiert und die haben exakt die Länge, die sie haben sollen. Auch super. Optisch gefällt mir hier hinten der hintere Radkasten sehr gut. Optisch gefällt mir das Heck sehr gut. Beim vorderen Radkasten finde ich persönlich ist noch so ein bisschen Luft nach oben, was die Gestaltung betrifft. Das hätte man vielleicht noch ein bisschen schöner bauen können. Auch die Frontpartie sieht super aus. Wir gucken es uns gleich nochmal an. Ich will es nur schon mal ansprechen, bevor ich wieder die Hälfte vergesse. Funktionen haben wir jetzt nicht viele bei diesem Modell. Ihr könnt weder hier vorne die Frontklappe öffnen. Ich sage bewusst Frontklappe, weil hier hinten sitzt der Motor. Sprich, ihr könnt auch keine Motorklappe öffnen. Was ihr tun könnt, ihr könnt, wenn ihr das möchtet, übers Lenkrad das Fahrzeug lenken oder ihr macht es dann halt per RC-Technik. Dann funktioniert das natürlich auch. Ist klar, es muss auf alle Fälle funktionieren, sonst wäre der RC-Umbau nicht möglich. Ihr könnt hier die kleinen Spiegelchen ein bisschen vorstellen, wenn es euch Spaß macht. Das geht auch. Und ihr könnt die Türen und zwar nach oben hin öffnen und die bleiben auch offen. Macht leider wenig Sinn, weil man nicht wirklich viel im Innenbereich sieht. Und das ist ein Kritikpunkt. Gucken wir uns vielleicht mal aus der Nähe an. Der ist innen komplett in schwarz. Ihr seht wahrscheinlich nicht mal die Sitze jetzt über die Kamera. Das ist einfach zu dunkel da drin. Man hätte jetzt die Sitze in einem Sportlook bauen können. Das wäre möglich gewesen. Einfach einen Sportsitz reingesetzt, nochmal ein bisschen mit Farbakzenten. Vielleicht hätte man die Sitze dann besser erkennen können. So sind die einfach nur langweilig schwarz. Ich habe schon beim Kader Porsche kritisiert. Ich habe es, glaube ich, auch schon bei anderen Bausätzen kritisiert. Ich bin mir gerade unsicher. Auf alle Fälle finde ich es immer schade, wenn dann innen drin alles schwarz ist, das man gar nicht sieht. Ich hätte jetzt theoretisch auch hier die Aufkleber anbringen können für das Armaturenbrett und so weiter. Ich habe es gelassen. Es hätte sowieso kein Mensch gesehen. Der Motor ist nicht großartig dargestellt. Da sieht man so ein bisschen den Ansatz. Aber hier arbeitet nichts mit irgendwelchen Zylindern oder sonstigem. Ihr habt auch keine Federung bei dem Fahrzeug. Die gibt es hier nicht. Und beim Dach ist es so, dass die Türhalterung hier so ein bisschen nach unten hängt beidseitig. Die ist nicht komplett gerade, sondern die Position verwackelt etwas. Wenn ich jetzt so ein bisschen Gegendrück von unten gegen die Tür, dann wird es hier synchron. Sobald ich die Tür loslasse, ihr seht, dann rutscht es wieder ein bisschen in den Innenbereich. Aber ich denke mal, das ist auch nicht großartig anders lösbar gewesen. Wie hätte man es machen sollen bei so einer hängenden Tür? Das ist schwierig. Hier nochmal kurz die Frontpartie. Das ist wirklich hier nur so über so eine Halterung befestigt, über die Flexteile. Das Lustige ist, ich habe dadurch jetzt natürlich hier Federung an der Frontklappe, aber nicht beim Auto selber. Die Scheinwerfer. Gelöst mit Transclear-Teilen, diese spitz zulaufenden Slope-Teile und dann nochmal mit klein weißen Stäbchen, die übrigens nicht fluoreszierend sind, falls ihr das wissen möchtet. Ihr könnt die jetzt nicht ins Licht halten und die strahlen dann. Das geht nicht. Das Heck finde ich super gelungen. Also wenn ich mir Fotos im Netz dieses Fahrzeugs anschaue, ich bin ja kein Profi betreffend dieses Fahrzeuges. Aber wenn ich mir da Fotos zu anschaue im Netz, muss ich sagen, sieht super aus. Jetzt könnte man sagen, ja, aber hier oben blaue Seuche. Ganz ehrlich, ich weiß, bei diesem Modell liegt sehr viel blaue Seuche bei in Dreierlänge. Aber, und ich hätte nie gedacht, dass ich das über die blaue Seuche mal sagen würde, die stört mich hier nicht. Ich baue das Heck, ich schaue es mir zweimal an, dann fällt mir das gar nicht mehr auf. Ich baue die blaue Seuche hier irgendwo an. Ich schaue zweimal drauf, es fällt mir nicht mehr auf, woran liegt es, weil der Autowagen gänzlich blau ist. Das macht schon wirklich sehr, sehr viel aus. Das muss man an der Stelle einfach mal berücksichtigen. Ich habe grundsätzlich bei diesem Fahrzeug weder auf der Oberseite noch auf der Unterseite noch sonst wo Farbseuche. Es ist wirklich alles in blau, schwarz, grau und teilweise halt diesen roten Achsen gehalten. Ansonsten ist hier nichts an Farbseuche vorhanden. Auch wenn ich jetzt hier nur die statische Version stehen habe, solltet ihr euch jetzt fragen, lohnt sich denn überhaupt da ein Umbau auf RC, die Investition in die RC-Komponenten? Wenn ihr Spaß an sowas habt, würde ich sagen, ja. Warum? Aus dem einfachen Grunde, erstens, es macht einen sehr robusten Eindruck. Wenn ihr mal irgendwo gegenfahrt, liegt es nicht gleich in Scherben vor euch. Ich glaube, dass das einfach einiges aushält. Es ist nicht so fragil gebaut. Zweitens, es ist nicht so schwer. Dementsprechend mit einem passenden Motor läuft es, glaube ich, auch ganz gut schnell. Es ist kein Maßstab 1 zu 8 mit 3500 Teilen, was dann extremes Gewicht hätte oder so. Ja, und der wichtigste Punkt, es rollt super. Und es geht auch ab wie Schmitz Katze. Ich schubse es jetzt gar nicht so extrem an und ihr seht ja selber, das klappt hier wunderbar. Ja, also insofern, wenn ihr Spaß an RC habt, investiert vielleicht einfach mal das Geld. Nur so als Tipp. Ich verlinke euch, wie gesagt, unten in der Videobeschreibung und ich hoffe, es hat euch ein bisschen gefallen, auch wenn wir jetzt heute nichts effektiv irgendwie aufgebaut haben. Ich kann euch empfehlen, gerade für 40 bis 45 Euro macht da nichts falsch. Gerne könnt ihr wieder einschalten beim nächsten Mal, zum nächsten Review. Und auch gerne könnt ihr ein Däumchen oder Abo dalassen, wenn ihr möchtet. Bis dahin sage ich danke fürs Zusehen. Macht's gut derweil. Euer Klemmonkel. Tschüss.